Was geht YouTube und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute ja mal mit einem ganz kleinen Video zu den letzten Transfers, die so in der dritten Liga jetzt noch passiert sind, so kurz vor Ende des Transferfensters. Einen Tag, ja, gibt's ja noch, da kann noch der ein oder andere Transfer passieren, aber ich denke mal, dass jetzt so die wichtigsten Transfers, ja, dass die praktisch jetzt schon eingetütet sind. Und da wollte ich einfach mal so über die aktuellen Transfers so ein bisschen mit euch sprechen, die ich persönlich als besonders erwähnenswert empfinde. Sollte da noch irgendein Kracher morgen kommen am Deadline Day, dann ja, werde ich da vielleicht nochmal ein separates Video zu machen, aber erstmal gehe ich nicht davon aus. Von daher, ja, würde ich sagen, fangen wir sofort an. Und die ersten Spieler, die ich mir jetzt hier ausgesucht habe, sind von 60 München. Die haben nämlich jetzt am heutigen, ja, Mittwoch, den 31. nochmal zwei Spieler verpflichtet. Einen davon, Innenverteidiger Max Rheintaler von WN Wiesbaden gekommen. Das finde ich jetzt eine ganz spannende Personalie, weil der in der letzten Saison bei WN Wiesbaden durchaus, ja, ein wichtiger Teil war. Die Aufstiegsmannschaft hat über 2000 Minuten gespielt, also das sind, ja, über 20 Spiele praktisch durchgespielt, hat insgesamt 30 Spiele gehabt, drei Tore geschossen. Und, ja, dementsprechend einfach ein grundsolider Innenverteidiger, auch in einem guten Alter mit 28 Jahren. 1,93 groß, also da auch, ja, auf jeden Fall jemand, der in der dritten Liga körperlich sehr gut mithalten kann. Generell WN Wiesbaden stand ja auch in der letzten Saison für ein sehr physisches Spiel und, ja, nicht so viel Schönspielerei, sondern sehr viel nach vorne mit der Physis dann eben geregelt. Und, ähm, gerade wenn man da an so ein Spürklin, ich sehe, dann auch auf der linken Seite denkt und, ähm, ja, von daher denke ich, dass das ein richtig guter Transfer an sich für 60 München ist. Ich muss nur generell sagen, dass ich es nicht so ganz verstehe, warum man jetzt Niklas Lang nach Freiburg 2 abgegeben hat, um dann Rheintaler zwingend zu verpflichten. Also ich finde, man hätte grundsätzlich auch mit Lang, äh, ja, das halbe Jahr noch definitiv spielen können. Also man hätte ihn nicht wegverleihen müssen, damit er Spielzeit bekommt. Also da habe ich jetzt auch die Konkurrenz, noch bevor Rheintaler gekommen ist, als nicht so stark angesehen, dass jetzt Lang da chancenlos gewesen wäre oder ähnliches. Zumal man ihn ja dann auch in eine Mannschaft gesteckt hat, die jetzt, ja, sportlich nicht allzu viele positive Schlagzeilen schreibt. Also da ist es dann auch, weiß ich nicht, ob das so förderlich ist, aber gut, man hat sich jetzt dafür entschieden. Und ich denke, unter den gegebenen Unständen ist das auf jeden Fall ein guter Transfer, der für mich nochmal unterstreicht, was ich schon die letzten Wochen immer wieder sage. 60 München wird nicht bis zum Schluss da unten mitspielen. Die haben, äh, ja, eine Qualität, die dann doch zu gut ist, auch, denke ich, jetzt auch einen guten Trainer, der einen guten Plan gefunden hat. Und von daher, ähm, ja, denke ich, dass man da keine großen Sorgen, ähm, ja, in Giesings Höhen haben muss, dass man den Klassenhalt definitiv schaffen wird. Und ein Transfer, der da jetzt auch noch mit reinspielt, ist eben Abdenego Nankishi, den man verpflichtet hat. Ähm, ja, von Werder Bremen ausgeliehen, war zuvor bei Herakles Almelo und hat dort, ja, eigentlich ganz ordentliche Partien absolviert. Hat zum Beispiel auch in dieser Saison in zehn Spielen, muss ich dazu sagen, dass er hauptsächlich ein Einwechselspieler war. War immerhin drei Tore geschossen in der Eredivisi, dazu noch eine Vorlage und ist ein Spieler, der mir tatsächlich auch das eine oder andere Mal positiv aufgefallen ist, weil das einfach, ja, so ein Flügelspieler-Typ ist, den man so nicht häufig sieht. Ein sehr, sehr schneller und agiler Flügelspieler. Also, da habe ich, äh, ja, würde ich sagen, das ist so ein Kategorie Spieler, der auch gegebenenfalls mal den Ball vergisst fast eher, äh, weil er so schnell ist. Ja, also solche Spieler kennt man ja, aber ich sehe ihn tatsächlich als deutlich, ja, technisch stärker als den einen oder anderen Spieler aus der zweiten Liga, wie zum Beispiel Lassme, den man da vielleicht mit dem Profil im Kopf hat. Ähm, ja, ist nicht besonders groß mit seinen 1,78, aber kann sich wirklich gut durchtanken, ist vor allem auf der linken Offensivseite zu Hause. Und ich finde, dass das auch wirklich eine Position war, auf der 60 München wirklich noch Bedarf hatte, denn außer Julian Guttau links und Moritz Schröter rechts hatte man da nicht so wirklich die Option, die einem, ja, da wirklich zufriedengestellt haben. Da hat man auch unterschiedlichste Sachen im Laufe der Saison mal probiert, mal ein Ludewig über rechts, glaube ich, oder ein Kurt, also eigentlich Außenverteidiger, die dann außen gespielt haben, oder ein Soleimani, der sich da so ein bisschen in der Wintervorbereitung wieder reingespielt hatte, aber so richtig, ja, zufriedenstellend und vor allem so einen richtigen Impact hatten diese Spieler dann vor allem von der Bank kommen, dann nicht mehr aufs Spiel. Und ich denke, da hat man mit Nankishi einen ganz guten, oder einen sehr guten Transfer sogar gemacht. Der ist jetzt nur ausgeliehen bis zum Sommer. Und ich glaube, der wird einfach mit seiner Agilität nochmal richtig, ja, geschwungen sorgen, wenn er eingewechselt wird oder auch wenn er dann eben beginnt, hat man dann eben auf jeden Fall noch eine gute Einwechseloption mit Gutau beispielsweise auf der Bank, wenn der dann auf der Bank spielen sollte. Ja, auf jeden Fall ein ordentlicher Transfer. Und wie eben schon gesagt, 60 München, die haben einfach zu viel Qualität, haben jetzt auch wieder so das Momentum auf ihrer Seite. Ich denke, in den nächsten, ja, ich sag mal so bis Mitte März sollte sich das da einigermaßen geregelt haben. Ich denke, bis dahin hat man die nötigen, ja, vielleicht so 35 Punkte schon geholt, vielleicht auch ein paar weniger, aber dann wird man schon einen ordentlichen Vorsprung, denke ich, haben auf den 17. Tabellenplatz. Ja, kommen wir dann zum Transfer, der an sich vom Namen her wirklich extrem spannend ist, denn das ist Adrian Fein, der zum SC Fair gewechselt ist. Adrian Fein, Spielertyp, kann man sich ungefähr so vorstellen wie zum Beispiel Julian Weigel, also ein Sechser, der sich sehr tief auch gegebenenfalls die Bälle holt, der immer anspielbar ist im Aufbauspiel, also ein Spielertyp, der eigentlich sehr, sehr gut zum SC Fair passt, denn man weiß ja, dass der SC Fair schon seit Jahren jetzt eigentlich immer, ja, versucht flach von hinten das Spiel aufzubauen und da hat man ja zum Beispiel auch mit Mael Corbos einen wichtigen Spiel auf der Position verloren, genauso, ja, schon im Sommer mit Winko Schapina, ein Spieler, der das auch sehr gut kann und, ja, diese Qualitäten bringt er definitiv mit. Er hatte vor allem in der Saison 19-20 beim HSV, als Dieter Eking dort noch Trainer war, eine wirklich extrem starke Hinrunde, bei der er, ja, zu den besten Illfeldspielern, in der zweiten Liga gehörte und, ja, das Ganze konnte er damals allerdings nicht halten. In der zweiten Saisonhälfte ist dann doch schon sehr aufgefallen, dass er ein Zweikämpfer ist, dass er teilweise seine Position ein bisschen verlassen hat, aber auch einfach wichtige Zweikämpfe verloren hat, auch zum Beispiel, wenn er gepresst wurde, also das ist auch in der zweiten Liga zumindest, da ist ja nochmal eine andere Intensität da, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema bei ihm gewesen, deswegen, ja, bin ich mal gespannt, ob er das so ein bisschen in den Jahren jetzt, ja, bearbeiten konnte, solche Themen bei sich, ob er das verbessern konnte, aber grundsätzlich ist er auf jeden Fall kein Zweikampfmonster, das muss man auf jeden Fall festhalten. Nichtsdestotrotz sollte er eigentlich dem SCF grundsätzlich weiterhelfen können, die Schwierigkeit besteht nur darin, dass er seit April circa, ja, mit einer Stoffwechselerkrankung komplett, ja, ausgefallen ist, davor schon die Monate nicht mehr wirklich gespielt, sein letztes Spiel war, glaube ich, am 25.01.2023, also jetzt schon über ein Jahr her und da muss man dann wirklich abwarten, ob er überhaupt in dieser Rückrunde nochmal, ja, so richtig seinen Platz in Verl finden wird, er hat ja eine Option in dem Vertrag, der nur bis 24 jetzt geht, also ein halbes Jahr hat er nochmal eine Option für ein weiteres Jahr, ich könnte mir sehr gut vorstellen, oder ich glaube, dass er einfach schon so ein kleiner Vorgriff ist auf den möglichen Abgang von Marcel Benger, der immer wieder mit, ja, schon Zweitligist in Verbindung gebracht wird, unter anderem der SV Elversberg, deswegen glaube ich, dass man da schon mal so ein bisschen, ja, einen Vorgriff machen wollte mit einem Spieler, der eigentlich, ja, deutlich über dem Niveau vom SCFR liegt, der jetzt aber eine schwierige Zeit hinter sich hatte, aber man muss eben abwarten mit dieser Stoffwechselerkrankung, da muss man ja nur an Mario Götze zum Beispiel denken, der ja auch riesige Probleme in seiner Karriere hatte damit und, ja, es eine ganze Weile gedauert hat, bis er wieder seinen Körper auf Wettkampfniveau formen konnte und auch im Prinzip nie wieder der Alte wurde und auch wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, einfach nur mal da so das Gesicht von Adrian Fein, sieht man da schon einen deutlichen Unterschied zu seiner Hamburger Zeit, deswegen bin ich persönlich da noch sehr skeptisch, dass das zumindest in dieser Saison noch ein wirklicher Faktor wird beim SCFR, aber das Gute ist ja, dass man, ja, so breit aufgestellt ist, auch zum Beispiel so einen Spieler noch wie einen Kammerbauer auf der Bank hat, ja, dass man Adrian Fein da wirklich in absoluter Ruhe einfach heranführen kann an die Mannschaft und von daher denke ich, ist das ein Transfer auch ohne großes Risiko, es wurde ja auch schon gesagt, dass er finanziell sehr entgegengekommen ist und, ja, bin ich wirklich sehr gespannt, ob er dann wirklich mal, ja, vielleicht auch in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal an seine alten Leistungen anknüpfen kann, und damals war er im Prinzip auf den Schwung in die erste Liga, ja, ist dann ein bisschen vom Weg abgekommen, hat dann nicht mehr so wirklich bei ihm in den Stationen danach alles so funktioniert, wie er sich das wahrscheinlich vorgestellt hat, aber, ja, bin mal wirklich gespannt, ob er dem SCFR dann vielleicht noch in dieser Saison auch weiterhelfen kann. Ja, und dann kommen wir natürlich noch zum Knallertransfer in der dritten Liga, denn Dynamo Dresden, ja, hat jetzt Achmed Arslan wieder zurückgeholt, hat ihn, ich glaube, für ein halbes Jahr jetzt ausgeliehen vom 1. FC Magdeburg. Das Ganze hing ja jetzt noch so ein bisschen in der Schwebe in den letzten Tagen, weil nicht ganz klar war, ob der Spieler dann, ja, aus finanzieller Sicht dann wirklich zu Dynamo Dresden passt, denn er soll wohl für dieses halbe Jahr alleine an Gehalt 200.000 Euro kosten. Ich weiß nicht, ob dann Dynamo Dresden das dann auch final komplett übernimmt, aber, ja, das ist auf jeden Fall eine stolze Summe, eine Summe, an der jetzt zum Beispiel auch der Transfer von Max Besuschkopf zu 1860 München jetzt gescheitert ist und, ja, da ist er auf jeden Fall, sagen wir mal so, es ist eine Menge Geld für einen, ja, Drittligaspieler im Endeffekt, der jetzt dann wieder ist und deswegen ist es auch für Drittligisten, da sieht man auch mal wirklich, wie groß diese Schere ist zwischen 2. und 3. Liga, dass einfach so ein Hannover 96 zum Beispiel mit Besuschkopf, ein Spieler, der dort nicht wirklich zum Einsatz kommt, dass der einfach mal über 400.000 Euro im Jahr verdient, knapp 500.000 und wenn man dann bedenkt, dass in der 3. Liga die Gesamtetats teilweise bei 6 Millionen oder so liegen und Gehaltsetats ungefähr bei 5 vielleicht, ja, da kann man sich dann schon vorstellen, wie groß da die Unterschiede noch sind, aber, ja, sie haben Achmed Aas dann jetzt ausgeliehen, in der letzten Saison natürlich der überragende Spieler dort gewesen, 36 Spiele, 25 Tore, 9 Vorlagen, also fast ein Scorerpunkt pro Spiel, ist Torschützenkönig geworden und, ja, wenn man sich die Offensivnöten der Dresden in den letzten Spielen anguckt, ja, wie viele Probleme sie einfach dabei hatten, sich Tore zu spielen oder beziehungsweise Tore zu schießen, das Erspielen von Torchancen war gar nicht so ein großes Problem, aber, ja, das Nutzen von Chancen, ich glaube schon, da ist dann, ja, jetzt mit der Laie von Achmed Aas dann genau das richtige Puzzlestück dann zurückgekehrt, wird dann, denke ich mal, den Platz von, oder wird den Platz von Herrmann einnehmen, das ist relativ sicher, den Hauptmann, ja, gehört mir zu den besten Spielern überhaupt in der Liga, egal auf welcher Position, also der dürfte nicht rausrotieren und Paul will natürlich sowieso nicht als defensiver Müllfeldspieler und, ja, damit hat, denke ich, jetzt Dresden auch wirklich so dieses letzte Puzzlestück zusammengesammelt sozusagen, mit dem sie dann auch wirklich die Spiele, gerade die Heimspiele, dann auch wieder konstant gewinnen werden, das war jetzt sowieso so eine kleine, ich nenne es jetzt mal Anomalie, was da so in Dresden in den letzten Spielen alles so passiert ist, vor allem diese Spiele, die sie dann auch 0 zu 1 immer wieder verloren haben, das war nicht normal, das wäre, glaube ich, also es wäre aus meiner Sicht auch so wieder, hätte sich das irgendwann wieder gelegt, aber, ja, jetzt hat man wirklich nochmal so diesen, diese, ja, eine Stück hat man noch dazu gewonnen in die Mannschaft und, ja, dass Achmed Aas dann Tore schießen kann in der dritten Liga, wissen wir seit der letzten Saison und ich bin mir auch sicher, dass dadurch, dass man jetzt auch wirklich im Mittelfeld so einen torgefährlichen Spieler hat, der auch eine Menge Aufmerksamkeit auf sich zieht, der auch Standards gut schießen kann, gerade auch Elfmeter, aber auch, ja, Freistöße, ich denke, da hat man jetzt wirklich so, ja, genau dieses eine Puzzlestück noch gefunden und man wird auf jeden Fall den Aufstieg, gerade auch mit den sechs Punkten, die man ja immer noch Vorschwung hat, das muss man sich ja immer noch vergegenwärtigen, dass Dresden trotz der Probleme immer noch sechs Punkte Vorschwung hat und die dahinter ja auch immer wieder, ja, mal nicht gewinnen und, ja, von daher, für mich eine ganz klare Sache, Dresden wird auf jeden Fall in der nächsten Saison in der zweiten Liga spielen. Ja, das soll es auch schon mit dem kurzen Video, mit dem kurzen Transfer-Update gewesen sein, lasst mir doch gerne mal eure Meinung zu den Transfers in den Kommentaren da oder welche Transfers ihr vielleicht noch besonders spannend findet, die jetzt so stattgefunden haben, es deutet sich ja zum Beispiel auch nur an, dass Halle Yannick Stark verpflichtet, aber da, ja, wäre ich schon ein bisschen skeptischer, weil der jetzt, glaube ich, auch ein bisschen raus war, das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie gut der da noch weiterhelfen könnte, jedenfalls lasst mir gerne euren Kommentaren da, ansonsten liked gerne das Video, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.